Willkommen bei einem weiteren Video von Mathematik macht Freude Freunde. Mein Name ist Maximilian und in diesem Lernzyklus erfährst du alles über die grundlegenden Rechengesetze. Bisher hast du viel mit rationalen Zahlen gearbeitet und mit ihnen addiert, subtrahiert, multipliziert und dividiert. Du hast sogar schon Rechenregeln wie zum Beispiel die Vorzeichenregeln kennengelernt. Falls das alles für dich neu klingt, schau dir bitte die Lernvideos zu den entsprechenden Themen an. Rechnungen mit den verschiedenen Grundrechnungsarten sind jeweils in relativ wenigen Schritten zu lösen. Doch wenn sie sich vermischen, gibt es ein paar Gesetze zu beachten. In dieser Videoreihe lernst du dazu vier verschiedene Gesetze kennen. Das Vertauschungsgesetz, Verbindungsgesetz, Verteilungsgesetz und die Klapustri-Regel. Beginnen wir mit dem Vertauschungsgesetz. Dieses wird auch Kommutativgesetz genannt. Es ist egal in welcher Reihenfolge ich zwei Zahlen addiere oder multipliziere. 6 mal 5 ist dasselbe wie 5 mal 6, nämlich 30. Oder 12 plus 7 ist dasselbe wie 7 plus 12. Es kommt bei beiden Rechnungen 19 heraus. Aber du musst aufpassen. Dieses Gesetz gilt nur für die Addition und Multiplikation. Wenn ich zwei Zahlen subtrahiere oder dividiere, ist die Abfolge der Zahlen entscheidend. 5 minus 2 hat ein anderes Ergebnis als 2 minus 5. 5 minus 2 ergibt nämlich 3. 2 minus 5 ergibt minus 3. Auch 2 dividiert durch 4 hat eine andere Lösung als 4 dividiert durch 2. 2 durch 4 ergibt nämlich 0,5 und 4 durch 2 hat 2 als Ergebnis. Deswegen kann ich bei diesen Rechenarten die Reihenfolge der Zahlen nicht einfach so vertauschen. Das zweite Gesetz heißt Verbindungsgesetz. Dieses wird auch Assoziativgesetz genannt. Wenn in deinen Rechnungen auf einmal Klammern vorkommen, können diese schon mal für Verwirrung sorgen. Diese Klammern heißen aber nichts anderes als diese Rechnungen, die in den Klammern stehen, als erstes durchgeführt werden müssen. Was hat das jetzt mit dem Verbindungsgesetz zu tun? Ganz einfach. Das Verbindungsgesetz sagt aus, wenn du mehrere Zahlen addierst oder multiplizierst, kannst du Klammern beliebig einsetzen. Als Beispiel schauen wir uns diese Rechnung an. In Klammer 5 plus 2 plus 10 ist dasselbe wie 5 plus in Klammer 2 plus 10. Bei der linken Seite rechnen wir nämlich zuerst in der Klammer 5 plus 2 und da kommt uns 7 heraus. Also haben wir 7 plus 10. Wenn wir das jetzt weiter rechnen, ergibt uns das 17. Auf der rechten Seite rechnen wir zuerst in der Klammer 2 plus 10. Das ergibt 12. Also haben wir rechts 5 plus 12 stehen. Wenn wir das hier weiter rechnen, kommt uns ebenfalls 17 heraus. Also egal, welche Zahlen du zuerst miteinander verbindest, es führt immer zum selben Ergebnis. Ein anderes Beispiel wäre noch die Multiplikation. Schauen wir uns diese Rechnung an. In Klammer 2 mal 3 mal 4 ist dasselbe wie 2 mal in Klammer 3 mal 4. Wenn wir jetzt schon wieder die Klammern zuerst ausrechnen, dann kommt uns auf der linken Seite 6 mal 4 heraus und auf der rechten Seite 2 mal 12. Links kommen wir also auf ein Ergebnis von 24 und rechts ebenfalls auf 24. Auch bei diesem Gesetz musst du aufpassen. Es gilt ebenfalls nur für die Addition und die Multiplikation. Beispielsweise 15 minus in Klammer 5 minus 2 ist nicht dasselbe wie 15 minus 5 in Klammer minus 2. Denn auf der linken Seite rechnen wir ebenfalls zuerst die Klammer, also 5 minus 2. So kommen wir auf die Rechnung 15 minus 3. Das ergibt dann 12. Auf der rechneren Seite rechnen wir zuerst in der Klammer 15 minus 5. Das ergibt 10. Und 10 minus 2 ergibt dann 8. Das ist eben nicht dasselbe. Auch bei der Division, also zum Beispiel 3 durch in Klammer 2 dividiert durch 4 ist nicht dasselbe wie in Klammer 3 durch 2 durch 4. Hier können wir das Gesetz ebenfalls nicht anwenden. Links muss ich nämlich 3 durch 0,5 rechnen, denn 2 dividiert durch 4 ergibt 0,5 und das ergibt mir dann 6. Auf der rechten Seite müsste ich 3 dividiert durch 2 zuerst rechnen, das ist 1,5. Also haben wir 1,5 durch 4. Das ergibt mir 0,375. Das ist ebenfalls nicht dasselbe. Also kann das Gesetz nicht gelten. Wie du merkst gelten manche Gesetze nur für die Addition und Multiplikation. Was passiert aber, wenn wir diese beiden Rechenarten verbinden? Dann kannst du das Verteilungsgesetz oder auch Distributivgesetz anwenden. Wird etwa eine Zahl mit einer Addition in einer Klammer multipliziert, so kann der außenstehende Faktor mit allen Summanden multipliziert werden. Beispielsweise, wenn du 7 mal in Klammer 10 plus 2 rechnen willst, dann kannst du 7 mit 10 und 7 mit 2 multiplizieren. Die Addition bleibt dabei erhalten. Gleichzeitig kannst du auch, wenn alle Summanden denselben Faktor enthalten, diesen Faktor herausheben und mit der entsprechenden Summe multiplizieren. Wenn du also 27 und 81 addieren möchtest und weißt, dass beide Zahlen durch 27 teilbar sind, so kannst du diesen Faktor herausheben, indem du ihn als Multiplikation vor die Summe der übrigen Faktoren in einer Klammer schreibst. Diese Regel hilft vor allem, um Kopfrechnungen durch solche Hilfestellungen schneller durchführen zu können. Dazu findest du dann mehr im Basic-Video zum Verteilungsgesetz. Möchte ich jetzt alle 4 Grundrechnungsarten vereinen, so kommt die sogenannte Klapustri-Regel zur Anwendung. Naja, was könnte denn Klapustri heißen? Ganz einfach, es heißt Klammer, Punkt, Strichregel. Oder, wie es die eigentliche Bedeutung der Regel möchte, Klammer vor Punkt vor Strich. Das heißt, in jeder beliebigen Rechnung müssen zuerst die Klammern, anschließend die Punktrechnungen und zum Schluss die Strichrechnungen durchgeführt werden. Bei diesem Beispiel rechne ich also zuerst die Addition in der Klammer, 3 plus 8. Da kommt mir dann 11 heraus. Dann rechne ich die Punktrechnung, also die Multiplikation 4 mal 11, das wäre dann 44. Und zum Schluss die Strichrechnung, also 44 minus 1, das ergibt dann 43. In jeder Klammer gilt dabei dieselbe Reihenfolge. Steht also in einer Klammer eine Punkt- und eine Strichrechnung, dann wird auch dort zuerst multipliziert oder dividiert und erst im Anschluss addit und subtrahiert. Am Schluss rechne ich dann alle Rechnungen außerhalb der Klammer in derselben Reihenfolge. Hier rechne ich also zuerst in der Klammer die Punktrechnung 2 mal 5 zusammen, das ergibt 10. Anschließend rechne ich die Strichrechnung in der Klammer, das ergibt 12. Und außerhalb der Klammer geht es wie gewohnt weiter. Und ich kann die letzte Rechnung 4 mal 12 machen, das ergibt 48. Für die ersten paar Minuten war das wohl viel Information auf einmal. In den nächsten Videos werde ich aber auf jedes Gesetz einzeln eingehen, damit du alles erklärt bekommst und etwas besser verstehen kannst. Ich hoffe, du bist auch beim nächsten Video wieder dabei. Tschüss!